Moin moin liebe Freunde, zurück beim Rennen von Spanien und der Virus auch noch da. Ja, haben wir auch noch mal. Take die siebenvierteste. Ach, mega schlechter Start. Ach Gottchen. Ja, das macht er von mir die Mitte zu. Ist das ein Kasper, ey. Wie soll... Ich hab Verwarnung, weil ich bot das. Was? Ja genau, ihr mich auch. Ich hab die schön... Ich hab nix böses gemacht. Nur ein bisschen aufgehalten. Also ein paar Plätze konnte ich jetzt gut machen. Jetzt zieh ich mal hier. Ja, Grosjean, hinter mir gelassen. Ja, läuft, ey. Das war doch mal perfektes Überholmanöver. Jetzt ist das ein Wichser, der ist... Alter, dieser Holländer. Ja, hey, 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 hey. Ferrari, hör auf mit der Scheiße. Du komischer Wagenhaufen. Oder ich hab von hinten einen leichten... Drehdicht, 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 damit ich den Virus überholen kann. Das war jetzt gerade aber nicht die feine englische, ey. Mal ganz ehrlich. Warum will ich meine Karre dauernd durchdrehen, ey? Kapier ich nicht gerade. Weil du zu früh zu viel Gas gibst. Du musst langsam an Gas geben. So, ich muss jetzt gerade erstmal so... Oh, okay, okay, okay. Was sagt mir? Okay, nochmal, ja, grün, 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 supergrün. Oioioioioi. Na, passt das doch diesmal. Der macht mir vorhin der Holländer, alter, das ist ey, boah. Der fährt aber wirklich mit Brechschlangen. Man hat's im Fernsehen gesehen. Hat aber... Ne, ich bleib dahinter, ich leiste mir jetzt... Oh, er zieht dann nach links, gleich kommt er wieder rechts rüber. Ah, da musst du konsequent machen. Nein! Da hast du... Du Wichser! Mann, da schubst der mich aus von der Strecke los. Jeff, halt die Klappe. Wie bitte, die Verbindung bricht ab. Der will mich gelassen, ey. Wie bitte, die Verbindung bricht ab. Ja, Jeff ist klar, ey. Ach, komm rum. Ne, ich hab noch... Die, dieser... Ja, komm, kürz ab, Mann. Diese... Die Kuh ist ja schlimm, ey. Ja, die ist schlimm. Nur pass auf. Nicht, dass du dir wieder eine Strafe einhandelst. Der STS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wacken... Jeff, sei ruhig! Verstanden. Geht in Ordnung. Alte Lavabacke, ey. Wenn du dich unterhalten willst, so hast du ein Boxen-Crew mit 5, 7 Leuten, 10, 20, keine Ahnung. Unterhalt dich mit denen, ey. Oh! Boah, ihr seid aber ganz schön vorneweg, doch. Oh, es geht's. Ich muss mich mit diesem Heini da vorne rum ärgern, ey. Oh, komm rum. Komm, ramp her, Schnier. Ramp her, Schnier. Hat er nicht gesagt. Muss aber sein. Spätestens wenn gleich DRS offen ist, dann geht's ja. Ich häng' direkt hinter dir. Ah, die beiden Mercedes tun sich gerade auch anscheinend ein bisschen betteln. Die kommen auch nicht wirklich voran. Oh, jetzt haben wir die lange gerade. Mal gucken, was Ferrari so gebaut hat hier. Ja, Wollingen. Du kleiner Lauch, ey. Komm. Komm. kann es aber auch echt mit mit 30 die kurve all da sonst noch chance ich bremste zu spät aber das ferrari lass es sein oder da hast du einen kugel freund wieder bei dir ich wusste mich gerade wieder fangen und hätte ich mich gedreht das ist teufelskreis mehr bremsenvirus das kommt diese kurve nicht rum vielleicht aber auch nur unter vom gas gehen und dann hat man nur durch eiern von lakaleien jetzt will sie vorsichtig weiterfahren so und wenn die zwei dann in die boxengasse fahren kann ich wenigstens mal zwei plätze noch wieder gut machen wenn ich sie schaffe zu überholen das wäre doch mal optimal überholen sie am besten vorher noch weil du musst ja hinterher auch noch mal die box ja okay also ich meine ich will manchmal weil das muss ich ja doch zu spät diese letzten kurven mit diesen riesen körpers muss man hier meine lieblings kurve nicht da wird mir die zeit angezeigt wie gut er da zeit rein schmeißt aber wahnsinn wahnsinn ja es wird jetzt aber die letzte sein weil die reifen nicht mehr so gut sind weit bis zu den beiden das ist ja auch nicht mehr vor allem die betteln sich da die ganze zeit hast du glück bremsen sich gegenseitig aus jetzt bin ich ja direkt hinter den ja ja das ist so kriechen oder fahren Höhen vorsichtig Keule hast genug Zeit zum Mauern der willst aber auch wissen die ist jetzt von eben was weggeflogen von mir oh ich habe vorne links habe ich hellgrün oder wie man da schimpft Ja, das ist ja nicht schlimm. Boah, diese Sau. Musst du nur unten einstellen, dass die das nicht reparieren. Sonst verlierst du da wieder Zeit ohne Hände. Ach, zieh rum. Zieh rum. Warum kommst du nicht einfach um die Kurve, ey? Ja, aber gut, die den Hamilton schön in die Karten gespielt hat, der zum Bottas vom Arsch. Ja, das auf jeden Fall. Wer weiß, was der Bottas sich kaputt gefahren hat. Bin auf jeden Fall zwei Teile weggeflogen. Diese Kurve, wie ich saß. Oh, diesmal war die letzte Kurve gar nicht mal so schlecht. Ja, ist offen, sehr schön. Nächste Runde gehe ich ran. Oh, der Hemmi fährt rein. Ja, ist doch gut für dich. Das heißt, draußen bleiben und weiterfahren. Oh, der Bottas ist aber draußen geblieben. Ja, ist ja egal. Du musst Vorsprung auf Hamilton kriegen. Weil der Bottas muss ja auch noch. Deswegen, ich gehe jetzt am Ende der Runde rein. Oh, vorne links wird langsam Richtung gelb, alter. Weil ich vorhin dieser, wegen Bottas diese Collision hatte. Ja, solange... Kaum noch... Rechtskurven sind sehr, sehr schwer jetzt. Ja, solange es nur gelb ist, geht das alles noch. Bei Reifen ist das nicht so tragisch. Oh, da zieht es wie raus. Ich muss echt tricky fahren hier, ey. Der Bottas hängt mir aber auch wieder hinten. Typisch an der Kauleiste, ey. Musst du jetzt wissen, ob du jetzt an der Box fahren willst oder noch eine Runde fahren willst. Weil sonst gehe ich jetzt an der Box. Du wolltest doch eh rein. Ja, ja. Nun, weil du ja beschwerst dich wegen deinem Reifen. Deswegen habe ich gedacht, wachst du mal. Aber gut, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt bin ich drin. Dann würde ich an deiner Stelle danach reingehen, damit du da... Also nächste Runde dann. Oh, ich glaube, der Bottas ist jetzt auch reingefahren. Ja. Na siehst du, dann passt das doch, wenn du nächste Runde reingehst, sag ich mal. Je nachdem, wie weit du mit deinen Reifen noch kommst. Und wie weit du mit deinen Reifen noch kommst. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Vielleicht habe ich ja noch Glück, dass ich es irgendwie auf dem Platz behalten kann. Glaube ich zwar nicht dran. Der letzte Punkt bei, wenn du B drückst, der letzte Punkt ganz hinten, da steht dann immer dran, wie viel du wärst, wenn du Boxenstopp gehst. Also ich glaube nicht, dass du viele Plätze verlierst. Maximal zwei. Ja, ich komm kaum noch um die Kurve, ey. Dann ist... Ich muss rein. Mal, du holst nämlich auf. Ja, dann reparieren die ja jetzt wahrscheinlich auch den Flügel mit, ne? Ne. Puh. Boah, gut, dass die Boxengasse nicht ganz am Ende ist. Okay, ich kann wieder fahren. Sehr schön. 2,7, 7, 0. Hinter mir ist gerade an, an die Box gefahren. Ja, das ist der Bottas gewesen. Lol. Kann ich meinen Platz behalten? Aber wird eng. Hamilton ist genau hinter dir. Ja, es hat geklappt. Alter, Pornoralle, ey. Lol. Knapp, aber gut. Jetzt halten das Ding. Kumbaya, mein Lord. Mit weißen auch noch, ey. Kannst du ja noch schlimmer werden. Nö, die passen gut. Ich weiß nicht, wie man bei den Weißen fahren muss. Deswegen fahre ich gerade aber echt mal so ein bisschen auf. Hm, ganz normal eigentlich. Ja, die fahren sich auf jeden Fall nicht, wie die Supersoft, die Lilan, ey. Kannst du vergessen, ey. Lila ist Ultrasoft. Supersoft sind die Roten. Ja, ja, schieb dir da ne Verwarnung sonst wohl langsam reicht's mir, ey. Pass auf mit der Scheißverwarnung. Du hast schon zwei Stück, nicht, dass du noch eine Strafe kriegst. Die Weißen lassen sich ganz anders fahren, ey. Hm? Okay. Ja, die fahren sich als hätte ich vorne die Schnauze gelb oder sowas, ey. Die sind ja schlimm, die Reifen. Gott, oh Gott. Christian, ein Formel 1-Wagen fahren, du. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Zieh rum! Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Nee, die Weißen sind scheiße. Ich gucke mal da. Den Weißen reifen bricht man sich ja einen ab, ey. Okay, irgendwas machst du verkehrt, keine Ahnung. Boah, die sind ja schlimm, ey. Ich kann mich nicht beklagen, Gott sei Dank. Oh, ihr fährt ein Grosjean ganz langsam, alles klar. Keine gelbe Flagge oder blaue? Blaue. Ist ja Überrundung, von daher. Alter! Diese Weißen. Ich glaube, das kommt auch bei dir daher, du verlässt auch ziemlich oft die Ideallinie, kann das sein? Kannst du gar nicht halten mit den Reifen. Oh, doch. Was, ich nicht. Aber was haben wir denn hier? Ach, da kommen die beiden sauber vor mir jetzt. Ach, du jemini. Erikson und Wehrlein. Oh, die betteln sich aber ganz schön hier, die beiden. Uiuiui. Der Wehrlein hat den Eriksen an der Backe, der Eriksen zieht vorbei. Oh, was? Vor mir steht jetzt einer in die, äh, der Grosjean fährt jetzt in die Boxengasse. Oh, der fährt in die Boxengasse, guck an. Der hätte ich jetzt sonst einfach holen müssen. Ja, der fuhr ja eh ganz langsam, der hätte dir keine Schwierigkeiten gemacht. So, Eriksen, machst du freiwillig Platz, ja? Dem musste man die blauen Fahnen erst im Arsch stecken, damit er gemerkt hat, dass ich da bin. Mein Gott. Oh. Oh! No. Fahrer hinter mir. Alles klar. Fahrer hinter mir. War jetzt auch mal. Aber es ist manchmal hilfreich. Das war's für heute. Das war's für heute. dummes ding der kerker du brichst ja ein ab das ist ja unglaublich fahr schon jetzt auf ideallinie und hallo ganz ruhig blöde wichse aber scheiße komm du scheiß ding und eine durchdreherei ich hasse diese scheiß reifen ja und hier komme ich schon wieder raus jawohl wix ding die karre hasse scheiß reifen scheiße scheiße mal zwei runden hast du noch um die kurve mann mann o mann o mann o mann o ma ma wamm ich bin gerade Dreh dich schon wieder an dieser Scheißkurve! Du Wichs-Moped! Was ist los mit dir? Schlechte Tage? Ja, ja. Alter, diese Scheißreifen sind doch für ein Rost, ey. Der letzte Müll. Damit kriegst du nicht mal die Scheißkurve. Lol. Jetzt war ich an dieser Fischlippe so gut dran, ey. Und dieser Reifen, nö. Dich bringen wir so nicht durch die Kurve. Ach, komm rum, Alter, dein fucking Ernst, ey. Ja, gut, okay. Bei dem Spoiler wird mir das jetzt auch nicht wundern. Oh, hast du ja im Spoiler wieder irgendwo kaputt gefahren? Ja, wegen dieser Fischlippe da vorne. Komm rum, Jochen! Na, lange ist er Gott sei Dank nicht mehr. Mehr bremsen als vorher, nur wegen dem Blöden. Brems doch, brems! Warum gibt's Stoff? Wollte grad schon Schumi sagen, aber... Wenn du wenigstens noch einen noch kriegen würdest, wäre gut. Komm, ja, ne... Mh, komm! Zieh rum! Jawohl! Was sagst du so einfach, Alter? Wenn ich den in der Sinterrunde noch kriege... Hm! Oh, Mann! Langgezogene Kurve sind... Zieht mir das nach außen, Alter! Keine Chance! Komm ich einfach nicht... Komm ich einfach nicht ran, das ist... Ah, ja, aufs Gras! Komm doch rum, Mann! Oh, Gogo Gadgets! Gib Gas! Nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Was ist denn jetzt kaputt? Oh, das gibt's doch nicht! Einmal Körb ein bisschen zu sehr mitgenommen, ey! Diese scheiß Kaffe kommt einfach nicht rum! Gut, dass ich so viel Vorsprung hatte, mein Gott! Ah! Ach, komm doch, oh, Mann! Das ist echt lächerlich, Mensch! Pies Ding! Mit dem scheiß Bot, das ist ein Knüppelsohn! Oh, ich krieg nicht mal eine Kurve. Ja, hauptsache Scheiß, das hat's hier. Dein Ziel erreicht mir, das leckt mir am Arsch. Aber besser als nix. Ist ja schlimm, ich schwitze wie ein Schwein gerade. So, dann wollen wir noch mal gucken tun. Nee, wieder zweimal weiß geht weg. Ja, ist doch schöner Kontrast. Nee. Da wäre mir sogar noch blau lieber gewesen oder so. Oder gelb oder lila, wenn mir wurscht, wer daneben steht. Aber hauptsache weiß. Nee. Jo, da wollen wir noch mal gucken tun. Ja, hauptsache nimmt noch zwölf Punkte mit, du. Ist mal sehr schön. Und wenn du wirklich von Platz 18 hochgedingst, jo. Läuf. Nee, da können wir nicht den Megan. Ja, das ist gar nichts. So, Rangliste, gucken wir mal. Oh, 75. Und der Hamilton hat 81 Punkte, okay. Ja gut, dadurch, dass der Zweiter geworden ist halt eben. Aber du hältst dir den Bottas Gott sei Dank gut weg. Wir haben 193 Punkte in der Gesamt- in der Konstrukteurswagenliste. Das ist schon mal gut. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Das, da kann man nicht meckern. 37 Punkte Vorsprung auf Hamilton. Mehr nicht, ey. Das sollte mehr sein normalerweise. Scheiße, ey. Na, dann gucken wir mal. Rennleitung mal schnell rein. Wer hat was gekriegt? Strecke über Grenzungen überschritten. Kollision mit Verstappen verursacht. Ja, hör mal. Okay. Ja, ich nur eine ganz am Start. Auch beim Bottas. Ja, komischerweise und er andersrum auch in Runde 1. Ja, ich sehe schon. Das war nach dem Start die erste Kurve. Oh, äh, Sergio Perez hat auch mit mir verursacht. Oh, der Wehrlein mit dem Sauber und der, ja, Wehrlein mit Grosjean. Also der hat's drauf, ey. Geil, ey. So. Ja, die meisten Dings hast du wieder veranstaltet, hier zweimal. Ja, Freunde, wenn euch dieses Rennen gefallen hat, würde ich sagen, und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Genau, genau, genau. Ich weiß jetzt nicht genau, was kommt, aber es wird lustig. Lasst euch überraschen. Ansonsten einfach mal googeln, dann wisst ihr es wahrscheinlich. Vielleicht haben die das genauso gehabt. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, ob der WDR Kollege noch was zu sagen hat. Ja, ja, ja. Ein herzliches Tschüssi und Freude und hast du nicht gesehen von der Spitze und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. So, als Schau mit V. Tschüssi. 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 Tschüssi.